Wie ernähre ich mich als Sportler eigentlich richtig? Ganz besonders darauf achten muss ich, dass ich mich erst mal selber kennenlerne, meinen Körper spüre, natürlich weiß, welche Sportart ich betreibe, Ausdauersport, Kraftsport. Dann gilt es natürlich um die Organisation. Das heißt, ich muss mich eben auch ernährungstechnisch fit machen und nicht nur an den Sport denken, sondern eben auch an die Energie. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, dass man nicht nur bei Ernährung an Essen denkt, sondern auch an das Trinken. Um mich als Sportler gesund und bewusst zu ernähren, muss ich einfach ein paar Regeln beachten. Regel Nummer 1, baue immer nur die natürlichst gewachsensten Lebensmittel in deinen Speiseplan ein. Regel Nummer 2, baue Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate in Relation zu deiner Sportart und den daraus resultierenden Anstrengungen ein. Regel Nummer 3, organisiere deine Reise-, Trainings-, Regenerations- und Wettkampfphasen auch ernährungstechnisch. Regel Nummer 4, höre und vertraue auf dein Körpergefühl. Regel Nummer 5, ziehe natürliche Lebensmittelquellen, immer Nahrungsergänzungsmitteln vor. Regel Nummer 6, vermeide dringlichst eine Unterversorgung. Eine Unterversorgung an Energie führt zu chronischer Übermüdung, kann zu Sportverletzungen und zu Krankheiten führen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020